Pokémon oder Digimon? Pokémon. Fans oder Freunde? Freunde. Kaffee oder Tee? Kaffee. Popcorn salzig oder süß? Salzig. Eine Woche ohne YouTube oder eine Woche ohne Handy? Eine Woche ohne Handy. Eine Woche ohne YouTube oder eine Woche ohne Dusche? Das ist schwierig. Vielleicht würde ich dann eher mich mit einem Waschlappen waschen. Also verzichten auf YouTube können Sie? Nee, ich mag also auch Videos hochladen. Das gehört schon irgendwie auch dazu. Internet oder Real Life? Dennoch eher Real Life schon. Instagram oder Twitter? Instagram. Wer war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Das Huhn. Eher Lob oder doch eher Kritik? Konstruktive Kritik oder Lob. Play Award oder Nobelpreis? Dann eher Nobelpreis. Kind bleiben oder erwachsen werden? Boah, ich würde, das ist echt schwierig. Kind bleiben vielleicht. Frühaufsteher oder Langschläfer? Auf jeden Fall Frühaufsteher. Und Game Boy Color oder doch lieber Playstation 4? Game Boy Color. Und dann unsere letzte Frage ist Joko oder Klaas? Joko. Hey, ihr habt es bis zur Endcard geschafft. Ich bin Lotta von Poynter. Poynter ist ein Internetmagazin für junge Leute und Studenten. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen. Also schreibt doch in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Hier kommt ihr zu unseren neuesten Videos. Wenn euch gefällt, was wir tun, gebt doch einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Dann bis zum nächsten Video. Ich will nach Brasilien. So wie es aussieht, klappt das auch. Ab dem fünften Semester schon. Ich hätte überlegt, vielleicht den Master im Ausland zu machen generell. Aber also nicht jetzt nur als ein Semester, sondern das ganze Ding. Okay, in welches Land sollte es denn dann gehen? Bisher mein Favorit wäre Finnland, also Helsinki. Ich würde gerne nach Istanbul, aber der Balkan interessiert mich auch. Na gut, Frühaufsteher oder Langschläfer? Lang. Also wenn es sein muss, dann auch Frühaufsteher, Langschläfer. Aber normale doch lang. Mama oder Papa? Beide. Beide. Das kann man nicht sagen. Freunde oder Fans? Freunde. Wirklich? Freunde. Freunde. Freunde sind ganz wichtig.